Wir haben immer weniger Macht des Parlaments. Wir haben, je nachdem, was das Bundesverfassungsgericht sagen wird, bald die Überschreitung einer weiteren roten Linie. Die roten anderen haben wir alle hinter uns. Und ESM bedeutet, ich zitiere meinen Kollegen Homburg, einen nüchternen Finanzwissenschaftler, der sagt, es ist ein korruptes Begünstigungssystem, was da festgeschrieben wird. Ich ergänze die wichtigen Stichworte dazu mit Immunengouverneuren, die strafrechtlich nie erreicht werden können und mit einer Ewigkeitsgeltung. Das ist nicht demokratisch. Alle Gesetze in der Demokratie sind revidierbar. Und wir erleben immer wieder die Vokabel alternativlos. Die Vokabel alternativlos ist eine Antifreiheitsvokabel. Wenn man uns in den wichtigsten Entwicklungen, übrigens auch, auf der Straße der wichtigsten Verluste, die wir machen werden und deren Gewicht und Bedeutung wir es etwas später erkennen werden, immer wieder sagt, du hast keine Wahl. Dann frage ich natürlich nach bei der Führung. Und zwar, hast du dich schlau gemacht? Hast du die besten Experten gehört? Hast du auch in deiner Umgebung die Leute nicht zur Vorsicht erzogen, weil sie sozusagen Nachteile befürchten müssen? Wenn sie sagen, was sie sehen, was sie wissen, was sie können. Wir haben gleichzeitig neue Regeln im Parlament für die Redefreiheit. Man nennt gelegentlich die Leute, die abweichende Meinung vertreten, schon Dissidenten. Ich hatte die Absicht, einmal viel früher, als es sonst gelingt, darauf hinzuweisen, dass hier Tendenzen sind, die vielleicht auf einem ganz neuen Wege, den wir noch nicht kannten, in eine Staatswirtschaft führen. Und ich sage Ihnen, die Staatswirtschaft haben wir in der Energie bereits. Sie müssen lesen, Sie können jeden Tag das in den Zeitungen lesen. Das heißt aber, wenn der politische Wettbewerb und der Wettbewerb der Märkte in der Wirtschaft immer weiter in staatliche, exekutive Hand geht und die Parlamentarier nur noch Beobachter sind und wir gleichzeitig die Wirtschaft nicht mehr in der Freiheit, die beste Lösung im Wettbewerb herausfinden zu können, beobachten, dann darf man Besorgnis äußern. Der Titel, die Patin, ist das Metapher oder ist das realpolitische? Das ist keine Analogie, aber ich sage es noch mal, es sind Merkmale, die wir wiederfinden, auch in der Struktur des ESM. Wenn Sie sagen, hier werden Gesetze unwirksam, die Leute sind unantastbar. Wenn man in den legalen Strukturen, die wir in Deutschland haben, immer wieder Illegalität hinnimmt, wenn man sagt, naja, jetzt ist ein ganz großer Augenblick, wir schalten die Meiler ab, nur kurz danach heißt, wir schalten sie für immer ab, wir übergehen das Aktienrecht, wir übergehen das Vertragsrecht, wir übergehen Eigentumsrechte. Da kann man ja nicht einfach sagen, naja, die Leute, die da im Aktienrecht unterwegs sind, sind sowieso vermögend, ist nicht so wichtig, sondern wir müssen doch sehen, dass es lauter Präzedenzfälle sind. Das heißt, Merkmale von Geheimbünden sind immer auch neben dem Zusammenhalt, den man herstellt, sozusagen einsickernde Eingriffe in die Legalität eines Gemeinwesens und gleichzeitig ein unideologisches Auftreten. Das sind nicht irgendwelche verbisterten Leute, die einer bestimmten Lehre anhängen. Und Frau Merkel hat ja immer einen Auftritt als ideologiefreie Mitspielerin und Entscheiderin. Und das ist außerordentlich wichtig. Sie hat ja oft geäußert, fragt ihr mich, ob ich was denn, sozial, konservativ, christlich, liberal bin, ich bin mal das, mal das, mal das. So, das kann als Joke ja hingenommen werden, aber wir möchten natürlich ganz gerne wissen, ob es für uns alle verbindende Festlegungen gibt, Stoppschilder an bestimmten Stellen bis hierher und nicht weiter. Das heißt, unser Wertekonsens ist ja nicht gestorben gestern oder vorgestern, sondern wir haben Vorstellungen, nochmal über die Verlässlichkeit von Partnerschaften, wir haben im privaten wie im beruflichen Bereich, wir haben Vorstellungen darüber, dass die Rechtsprechung für uns verlässlich und vertrauenswürdig sein soll. Wir haben auch eine Vorstellung von dem, was ganz vorne in unserer Verfassung steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und das bedeutet, dass sie über jedem Deal steht. Ja, schönen guten Tag, Daniel Graznak von Executive Intelligence Review. Sie, ich möchte auf diese Frage da von alternativlos eingehen. Sie haben im Deutschlandfunk gesagt, dass Europa gerade am Euro scheitert. Ich glaube, Sie meinen auch besonders die Art und Weise, wie diese Rettung gemacht wird. Ich meine, die Lage in Griechenland und in Spanien angesichts der Sparpolitik hat zu derartigen Spannungen unter der öffentlichen Meinung in Europa geführt, die wir wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen haben. Und die Lage für die normalen Menschen ist ja tatsächlich ziemlich desolat. Nun, Sie kommen ja aus einer ganz interessanten Tradition, in dem Sie ja so mit Herrn Bundeskanzler Kohl und auch mit Herrn Herrhausen zusammengearbeitet haben und kennen daher, denke ich mal, ein ganz anderes Paradigma, als wir seit 1989 gesehen haben. Herrhausens Vorschlag, soweit ich mich erinnere, war, Osteuropa tatsächlich zu entwickeln. Und Sie haben ja appelliert in Ihrem Interview, dass man Europa tatsächlich aufbaut. Und deswegen frage ich, wäre es nicht tatsächlich eine Alternative, dass man sagt, es gibt ja vorrangig nicht eine Staatsschuldenkrise, sondern immer noch eine Bankenkrise. Man hat es ja mit dieser LIBOR-Zinsmanipulation gesehen. Es gibt Leute, die eine Bankentrennung fordern. Und es gibt Pläne für den Aufbau der Realwirtschaft dieser Länder. Sehen Sie nicht darin auch die Möglichkeit, dass es vielleicht doch eine Alternative zum Euro selbst gibt? Also ich komme mal zu Ihrem ersten Statement zurück, weil das so wichtig ist. Wir haben dazu ja sicher alle Meinungen, aber wir können nicht alle von uns behaupten, dass wir Experten sind. Ich habe im Deutschlandfunk gesagt, wenn immer gesagt wird, wir sind jetzt dabei, alles zu tun, damit der Euro nicht scheitert, dann habe ich daran erinnert, dass wir ja an dem Thema scheitern gegenwärtig, dass der Euro eine Basis ohne Boden ist, eine Währung ohne Boden Basis ist, Entschuldigung. Das heißt, wir schreiben diesen Fehler fort, indem wir versuchen, mit Geld zu lösen, was, und das ist meine Vermutung, wahrscheinlich mit Geld nicht zu lösen ist. Das heißt, man kann sich dann vorstellen, dass dieses reiche Land, Deutschland, auf das sich immer noch die meisten Erwartungen richten und wo Frau Merkel eine eher abwartende Position einnimmt, in dem Sinne, es wird, wie es wird, wir können das nicht wesentlich verändern, im Kreis der Mitspieler, die aus den bedürftigen Ländern kommen oder aus den schwer verschuldeten Ländern kommen. Ich denke mir, ob nicht auch Deutschland als der stärkste Mitspieler irgendwann zu einem Ansatz für Lösungen kommen könnte, der heißt, wir schicken die besten Experten, die helfen, die besichtigen nicht und raffen Haushaltsrechte an sich, sondern sie helfen, Strukturen schneller zu verändern. Warum sind die Strukturen nicht da, weil wenig Interesse daran bestand, aber auch kein Know-how da war. Warum machen wir es die ganze Zeit auch bei Griechenland so, dass wir Geld liefern, während wir sehen, die Griechen haben vergessen, wie ein geordnetes Gemeinwesen aussieht. Sie haben keine Behörden, die funktionieren. Und wir schreiben das immer auf eine Karte der Geringschätzung, indem wir sagen, da wird ja immer noch Geld verteilt an Leute, die das eigentlich nicht haben dürfen, das ist ja immer noch korrupt. So, wenn es wirklich das interessiert, dass in der Substanz von Europa die Mitspieler wieder gesunden können, dann müssen wir mit einem hohen Ethos und großer Leidenschaft den jetzt in Not geratenen, verschuldeten Ländern ein Know-how-Paket zeigen, wo sie kostenlos sozusagen Begleiter kriegen, die ihnen helfen, schneller ihre Verwaltung in Ordnung zu bringen, ihre gesamten Strukturen und damit auch ihre Geschäftsfähigkeit viel schneller wieder verbessern. Und das schwebt mir vor, ehe wir immer weiter mitspielen, mit den Schultern zucken und sagen, naja, wieder und jetzt kommt die Summe und dann kommt jene Summe. Ehe wir am Horizont schon sichtbar auch auf die Bonds positiv einsteigen und dass einer merkt, weil gar nichts gesagt wird politisch bei uns, sollten wir so etwas machen, wir sind Objekt nach dem Zweiten Weltkrieg einer solchen leidenschaftlichen Hilfsbereitschaft zum Beispiel von Amerika gewesen. Und ich sehe diese Rolle für Deutschland, diese denkbare Rolle für Deutschland, ich möchte, dass wir da tatsächlich sichtbar Initiative ergreifen und das wäre, meine ich, eine verlockende Aufgabe auch für eine Regierungschefin. und das wäre, meine ich, und das wäre,